Hallo, ich bin der Max vom Umwelttauch Club Kärnten. Wir befinden uns im Strandbad Loreto und wir werden heute im Zuge des Superheldenprojekts für die Stadtwerke Klagenfurt unsere Badewanne für euch alle und uns noch etwas schöner machen. Wir freuen uns, dass wir auch diesmal wieder dabei sein können und hoffen auf weitere Aktionen. Danke! Also wir sind vom Umwelttauch Club Kärnten. Wir sind heute da, um das Strandbad Loreto ein bisschen sauber zu machen, sauberer zu machen unter Wasser. Wir sind die Gewinner der Superhelden-Aktion der Stadtwerke Klagenfurt und zuerst einmal möchte ich mich überhaupt bedanken, dass wir wieder zu den Siegern gewählt worden sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017